So, es ist wieder mal Zeit für einen Crossover und diesmal mit dem YouTube-Channel MovieCollector. Und ich habe mit MovieCollector ausgemacht, wir schicken uns gegenseitig einen Film zu, so aus dem Bereich Horror, Action, Abenteuer. Und was schickt der mir? Ein Zeichentrickfilm. Naja, gut, von mir aus. Es geht um diesen Film hier, Feuer und Eis heißt der. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Actionfilm von Willi Bogner, der hat damit nichts zu tun. Und auch nicht Feuer, Eis und Dosenbier, das ist es auch nicht. Nein, es ist ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1983. Und bevor ich mehr darüber spreche, hier zunächst ein paar Ausschnitte. Against him stand Tigra, Princess of Firekeep and captive of the Ice Demons. Larne, last of a mighty warrior tribe and her only hope of escape. And Dark Wolf, mysterious Avenger and sworn enemy of the Ice Tyrant. Ja, Feuer und Eis, also ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1983 von Ralf Bakshi und Frank Frazetta. Ja, die beide auf ihrem Gebiet geradezu Legenden sind, wie ich inzwischen weiß. Ralf Bakshi hat unter anderem die berühmte Herr der Ringe Zeichentrickverfilmung inszeniert, die ja auch einen gewissen Kultstatus genießt. Und den Film Fritz the Cat, den habe ich sogar mal gesehen vor vielen Jahren. Das war so ein erwachsener Zeichentrickfilm, das weiß ich noch. Also der war mir sogar bekannt. Ja, und Frank Frazetta ist ein bekannter, legendärer Illustrator. Hat unter anderem Conan der Barbar-Illustrationen gemacht und Vampirella und so weiter. Und auf diesem Media Book, das mir hier der Movie Collector geschickt hat, ist eine Bonus-Disc mit drauf. Und da ist auch eine 90-minütige Dokumentation über Frank Frazetta drauf. Also sehr umfangreich über sein Leben und sein Werk, was er alles so gezeichnet hat und mit welchen Methoden er so arbeitet. Ja, für den, den es interessiert, ist es hochinteressant, ja. So. Die Handlung. Also, es geht in diesem Film im Grunde genommen um den Kampf Feuer gegen Eis. Eigentlich müsste der Film Feuer gegen Eis heißen und nicht Feuer und Eis. Aber gut, wie auch immer, der böse Lord Necron, der irgendwie der Herrscher über das Eis ist, der will also unbedingt die Feuerburg erobern. Wo also wiederum der Jarol, der König des Lichts und des Feuers, sitzt und residiert. Und um das also zu erreichen, lässt Lord Necron die Tochter von König Jarol entführen. Und ja, dann schickt er also einen Krieger los, der heißt Larn. Dazu einen Kämpfer namens Darkwolf und eine kleine Armee. Und die sollen also gemeinsam dafür sorgen, dass die Prinzessin wieder befreit wird. Lord Necron wiederum schickt so eine Horde von Halbaffen irgendwie los. Ich weiß gar nicht, was das genau für Gestalten sein sollen. So Halbmenschen, Wehrwolf-ähnliche Viecher. Und ja, somit kommt es dann natürlich zum großen Kampf Feuer gegen Eis. Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt kein Anime-Film. Das war der, der nicht aus Japan kommt. Der kommt ja aus den USA. Es hat aber so ein bisschen was von Anime, finde ich. Da werden wahrscheinlich jetzt die Anime-Fans alle wieder aufjaulen. Ist mir egal. Ich als Laie kann da nicht so große Unterschiede machen. Also ich erkenne wirklich an, dass dieser Film sehr aufwendig gemacht ist. Er ist nämlich mit dem sogenannten Rotoskop-Verfahren gemacht, wie ich jetzt gelernt habe. Und zwar ist es ein ähnliches Verfahren, wie heutzutage Filme wie Tim und Struppi gemacht werden. Nämlich, dass man reale Darsteller nimmt und sie quasi übermalt und dann daraus ein Zeichentrickfilm werden lässt. Damit man also menschliche Körperbewegung und menschliche Gesichtszüge realer rüberbringen kann, als man das so rein am Zeichenbrett machen könnte. Und das ist insofern anerkennenswert, als dass der Film ja 1983, wie gesagt, entstanden ist, als man noch analog gearbeitet hat. Als man noch keine digitalen Techniken hatte. Und das natürlich eine unglaublich aufwendige Arbeit war, diesen gesamten Film quasi Bild für Bild sozusagen, ja, Hand zu malen und überzumalen. Also das ist wirklich, ist schon anerkennenswert. So. Nichtsdestotrotz muss ich leider sagen, dass ich mich bei dem Film zutiefst gelangweilt habe. Ich hasse solche Filme. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Es ist überhaupt nicht mein Fall. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe schon mal auf die Uhr geschaut, dachte, wann ist der Film endlich zu Ende? So dachte ich so, wie lange geht er denn überhaupt? Na ja, oh Gott, 80 Minuten, jetzt haben wir erst 30 Minuten. Oh Gott, es geht noch eine Stunde. Also, es tut mir leid, es ist überhaupt nicht mein Fall. Ich erkenne wirklich an, dass es viele Fans von solchen Filmen gibt. Und ich bin da, ich habe mal auch viele Kritiken durchgelesen, extra jetzt, um auch ein bisschen im Bilde zu sein, mit was ich da zu tun habe. Aber ich habe viele überschwängliche und überschäumende Kritiken gelesen und finde es auch toll. Mein Fall ist es nicht, muss ich leider wirklich sagen. Und es gibt immer wieder Leute, die dann sagen, ja, Anime, da kennst du nicht so viel. Und guck dir mal den nochmal an, guck dir mal diesen an. Auch der wurde mir hier schon empfohlen, wo gesagt wurde, ja, Anime, das ist ja nichts, aber Feuer und Eis, den musst du mal gucken. Gut, jetzt musste ich ihn mir halt angucken, weil Movie Collector ihn mir geschickt hat. Und ich muss leider sagen, es ist genau so eine Grütze. Also, es tut mir leid, ich habe dazu überhaupt keine Beziehung. Ist einfach so, ich kann es nicht ändern. Ich werde auch mich hüten, jetzt hier eine Bewertung in Punkten abzugeben, weil ich einfach akzeptieren muss, dass andere solche Filme ganz toll finden. Diese Kollektion ist auf jeden Fall zu empfehlen für diejenigen, die diesen Film mögen. Es ist ein Mediabook. Man zahlt also, es gibt hier eine DVD und eine Blu-Ray. Und es gibt jetzt noch so einen Beipackzettel hier. Und dann hier eine Bonus-Diss, wie schon erwähnt. Und hier drin ist noch ein Interview mit Frank Frazetta in schriftlicher Form. Und dann haben wir hier auch noch ein paar nötige Bilderchen dabei hier und so weiter. Also, ist sehr nett. Also eine sehr schöne Kollektion. Aber was nützt mir eine schöne Kollektion, wenn der Film mir nicht gefällt, ne? Nützt ja nichts. Was mich ja an solchen Filmen immer so ein bisschen stört, diese komplette Humorlosigkeit. Also immer so dieses so, ja und der Gott des Feuers und der Tor und das. Meine Güte, denke ich immer, geh mal eine Runde kacken irgendwie da in der Feldspalte oder was. Und dann kommt der Humor auch ein bisschen wieder. Meine Güte. Also das geht mir immer total auf die Nerven, auch bei diesen Anime-Sachen. Aber gut, das muss wohl so sein wahrscheinlich. Es muss wohl diese etwas übertriebene Dramatik, die scheint wohl dazu zugehören, ist ja auch in Ordnung. So, da fiel mich so ein, ich hab so überlegt, gibt es eigentlich irgendwie einen Zeichentrickfilm, einen ernsten Zeichentrickfilm, der mir auch gefällt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, den gibt es, wollte ich mal zeigen. Ist ein völlig anderes Thema jetzt, aber ist egal, das muss ich mal zeigen. Nämlich der hier, Wenn der Wind weht. Kennen Sie den? Auch aus den 80ern, ein britischer Zeichentrickfilm, wo es um ein britisches Ehepaar geht, das den Ausbruch des Atomkrieges hautnah miterlebt. Und dann nimmt das alles sehr tragische Züge an, weil nachdem denn der Atomkrieg vorbei ist, werden die beide also krank, weil sie atomverseucht sind, die Haare fallen aus. Und das ist also ganz putzig gemacht. In der deutschen Version mit den Stimmen von Brigitte Mira und Peter Schiff. Ja, und Musik von Pink Floyd und David Bowie. Das ist wirklich ein toller Zeichentrickfilm, der auch wirklich ein ernsthafter Film ist, aber eben trotzdem eine unheimlich tolle Botschaft hat. Es geht um Krieg, es geht um Politik letztendlich auch. Den fand ich toll. Also wenn Sie mal einen wirklich politischen Zeichentrickfilm aus der Zeit des Kalten Krieges sehen möchten, dann schauen Sie sich den an. Ein anderer Film, der mir noch einfällt, den habe ich jetzt hier nicht hier, aber der fiel mir noch ein, das war Watership Down. Kennen Sie den? Mit diesen Kaninchen da, die alle abgeknallt werden. Auch ein sehr ernster Zeichentrickfilm, der mir auch gut gefallen hat. Also es muss nicht immer unbedingt nur jetzt Walt Disney-mäßig sein, aber trotzdem, bei dem Film hier, da fehlt mir einfach schlichtweg der Zugang. Dennoch vielen Dank, lieber Movie Collector, dass du mir diese Kollektion zugeschickt hast. Der hat mir extra gesagt, ja, musst du wie ein rohes Ei behandeln und rohes Mediabook und blablabla. Also es scheint wohl irgendwie besonderen Wert zu haben. Und ja, ich habe ihm natürlich auch einen Film geschickt. Das ist ja der Sinn eines Crossovers. Den können Sie sich jetzt auch bei ihm auf seinem Kanal anschauen. Hier ist der Link zu dem Film. Und ich habe es ihm ein bisschen einfacher gemacht. Es ist nämlich nichts weiter als ein französischer blutiger Horrorschocker, den ich ihm geschickt habe. Also solchen Anspruch habe ich ihm jetzt nicht auferlegt. Aber gut, das ist eben bei Crossover so immer für Überraschungen gut. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.